Oh Gott, da hält ein Baby, ey, das heilt dich nicht aus, so ein Scheiß. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Cryo4. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, wollte ich ja in diesen Flur reingehen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich auch kurz davor da an dieser Kassette da gespeichert habe. Ich würde sagen, wir ziehen es uns einfach mal rein und wir spielen direkt los. Und go! Okay, ey, ich habe keine Angst. Ah, und ich habe eine Waffe, stimmt ja, supergeil. Okay, einfach mal direkt los, würde ich sagen. Ich habe jetzt nur allerdings keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin von hier hochgekommen, das heißt, ich gehe jetzt hier raus. Oh Mann, ich habe Angst. Aber ich habe jetzt eine Waffe, deswegen... Wird es jetzt hoffentlich... Da sollte ich hin, genau da warst. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich nicht. Ich weiß, hier taucht gleich was auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. War ich hier schon? Ich weiß nicht, ob ich... Ich kenne diesen Flur hier nicht. Äh, dieses Zimmer hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier hat es anscheinend nichts für mich. Auch keine Drogenspritzen oder sowas. Oh Gott. Mann! Alter! Reiß dich mal zusammen hier. Okay, also hier hat es nichts für mich. Wo soll ich denn dann hin? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, hä? Wo soll ich hin? Oh Mann! Wo soll ich hin? Achso, hier war ich ja vorhin. Nein! Nein, nein, nein! Achso, da war ich am Anfang. Bist du schon an der Musik immer noch so behindert? Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber die Musik hilft mir echt nicht weiter. Da war ich schon? Genau, hier war ich schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin soll. Was soll ich machen? Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Da war ich schon. Da war ich schon. Ich verstehe das nicht. Wo muss ich jetzt hin? Ich verstehe es nicht. Wo muss ich da jetzt hin, hier Kacke? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, Mann! Oh, wo soll ich hin? Ich habe echt keinen Plan, wo ich hin soll. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, hä? Das kotzt mich an. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Wo soll ich nur hin? Keine Sau interessiert sich für mich. Hä? Habe ich davon probiert? Ah, okay. Jetzt geht es weiter. Jetzt funktioniert es plötzlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh mein Gott! Was ist denn das schon wieder? Super Munition verschwendet, Robby. Gut gemacht. Yay! Ah, scheiße. Oh Mann, hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, die Musik macht mich verrückt. Runde oder hoch zuerst? Ich würde sagen, wir gehen zuerst hoch, weil Förderstock und sowas. Hallo? Oh Gott, nein. Kein Babygeschrei. Das ist wie im Lerwitz-Projet. Jetzt kommt der nächste Witz, Leute. Achtung, meine geheime Notiz. Also, weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal mit einem Geheimcode hat Zugriff. Ich schätze, kein Kind wird es herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Wir wissen jetzt, der Lift ist in der Halle festgesetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Bin ich nicht von da gekommen? Nein, da bin ich nicht hergekommen. Ich will als erstes noch ein bisschen hochgehen. Bevor ich mir jetzt diese ganzen Stockwerke reinziehe. Und hier kommen anscheinend Kinder bestimmt irgendwo. Hunde gerannt. Oh Mann, Dunkelheit. Boah, Alter, die hauen so rein, hey. Oh Gott, hey, die scheiß Viecher. Und so rein, hey. Übel, übel, übel. There's the keypad next to the elevator. Den muss ich rausfinden, okay. Oh Mann, also brauche ich dieses Passwort, um dann in den vierten Stock zu kommen. So, da ist dieses Keypad. Jetzt gehen wir runter. Natürlich in den Keller, wie sollte es auch anders sein, weil im Keller passieren immer nur gute Sachen. Puh, Robby, das ist nur ein Spiel. Das ist nur ein Spiel. Oh Mann, ey, ich hasse was. Da ist die nächste Tür. Geht nicht auf. Sehr schön. Weiter geht's. Runde in den Keller. Hier wartet doch irgendwas auf mich. Was ist das für eine Tür? Geht nicht. Was ist das für eine Tür? Hier war ich noch nicht. Oh nein. Was leuchtet da oben? Oh Gott, da hält ein Baby. Ey, das heilt dich nicht aus, so ein Scheiß. Ich brauche eine Pause. Oh Mann, hier passiert was. Ich glaube, ich habe Facebook an. Tut mir leid für die Neben... Ja, genau. Oh, links oder rechts? Oh Mann. Messer? Oh. Das Beste ist, ich renne in einen Raum rein und dann... Go. Oh Gott. Fiss dich. Stürme einfach. Oh Gott. Geh aus. Oh Gott. Oh Gott. Speichern, Gott sei Dank. Oh Gott. Oh Gott. War das gemein? Das war echt gemein. Die geht Gott sei Dank nicht auf. Oh Mann, hey. Hau dir die Spritze rein, Bitch. Ich muss ins Helle rüber. Aber das ist doch eine Falle. Ich soll mich jetzt bloß... ...hier wohlfühlen. Und dann passiert was. Äh? Da ist der Aufzug. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich brauche doch einen Geheimcode dafür. Ich bin jetzt im vierten, jawohl. Oh Gott, hat mich die Badewanne erschrocken. Erschreckt. Entschuldigung. Nichts ganz deutsch, deswegen nichts ganz gut. Oh Mann. Tada! Okay. Meine geheime Notiz 4. Achtung, jetzt kommt der nächste Witz. Das letzte war echt gut. Ein Genuss umzubringen. Leicht mit meinem Messer zu schneiden. Wie Essen. Was läuft hier für eine kranke Scheiße? Gut, die Tür geht nicht los. Oh Gott. Handy. Hier drin. Das ist so eine abgefuckte Scheiße. Das ist so eine abgefuckte Scheiße. Wer ist hier drin? Wo drin? Hier drin. Okay, Robby, ganz cool bleiben. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Oh Gott, oh Gott. Wo? Hey, meine Knie jetzt sind dann voll, Mann. Wo soll ich hin? Oh Gott. Wieso sagt er hier drin? Und tötet sich dann? Jetzt soll ich runter in den Keller. Hallo? Ah, scheiße. Ich hätte es vielleicht für euch auf Deutsch noch einstellen sollen. Was ist jetzt los? Vielleicht kann ich hier runterklettern. Das ist eine sehr... Was ist denn das? Eine Ballerina? Klettert da bitte runter. Oh mein Gott, wie soll ich das machen? Was hat die für einen Schlüpfer an? Gar nix. Alter. Wer ist dieses kranke Viech da? Und warum hat die keinen Schlüpfer an? Blüttchen. Und warum ist die jetzt plötzlich weg? Und wo kam die her? Ich speichere jetzt lieber erstmal. Ah. Oh jawohl. Oh komm her, oh jawohl. Oh, jetzt erstmal hinlegen. Oder auch nicht. Wisst ihr, warum sagt mir der Typ, ich soll in das Stockwerk hochkommen und dann killt er sich? Ist ja eigentlich dumm. Und woher hat er überhaupt meine Nummer? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Stelle ihr am besten fandet. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Ich würde mich natürlich über jede Art von Unterstützung freuen. Ich würde sagen, man zieht sich dann im nächsten Espray, das dann morgen ist. Also würde ich sagen, man zieht sich morgen. Wow, das war's ein bisschen schnell. Und ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Mal Luft genommen. Naja, bis dann. Tschö, boi. Hats.